Hallo und herzlich willkommen zum Kundschafter- bzw. Kriegerprojekt von Server 4 bzw. Server 16. Und joa, was ist wieder passiert? Machen wir erstmal die Mission, bzw. die Quest. Nicht Mission, sondern Quest. Ich habe immer noch nicht den Spiegel komplett, mir fehlen immer noch die beiden Teile hier. Aber wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, ob ich die jetzt überhaupt noch bekommen kann. Also ob ich irgendwie eine Levelgrenze überschritten habe, wo man die dann einfach nicht mehr findet. Oder ob ich einfach nur extrem viel Pech habe, weiß ich nicht. Aber normal ist es auf jeden Fall nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob das drei Teile sind, weil das hier ist dann ziemlich groß. Könnte fast sein, aber ich glaube es sind jetzt noch zwei. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das ist immer schwierig nachzuzählen. Ja, müssten eigentlich elf sein. Zehn oder elf. Naja, egal. Findest du auf jeden Fall nicht. Wie gesagt, ich werde, ich weiß nicht, ob Stufe 80 schon zu früh ist. Aber eigentlich hätte ich ja gesagt, Stufe 80 werde ich es immer anschreiben, also den Support. Weil normal ist es ja echt nicht. Also gut, ich meine, der letzte Char, den ich hochgespielt habe mit dem Spiegel, war letztes Jahr im November, glaube ich. Also gute neun Monate her. Und ja, da weiß ich jetzt natürlich nicht, ob es da irgendwie eine neue Regelung gibt oder ob sich da irgendwas verändert hat, weil ich habe es halt nie mehr gemacht. Deswegen ist es echt ein bisschen blöd. Also gut, ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt, also er ist jetzt hier nicht überlebenswichtig für den Char. Aber hilfreich wäre er schon. Und naja, ein bisschen angekotzt bin ich schon davon. Naja, wir aktivieren den nächsten Dungeonschlüssel. Bestes Geräusch der Welt. Ich weiß gar nicht, welches Level bin ich. 70, das heißt, wir könnten theoretisch auch schon den öffnen, den öffnen, den öffnen. Aber da die alle 250 Gold wert sind, werde ich es einfach so machen, dass ich jeden nur so lange behalte, bis er kaum noch kommt. Dann verkaufe ich ihn nicht mehr, sondern mache den Dungeon auf und suche den neuen, wobei 250 Gold momentan halt echt nichts mehr sind. Also gerade nur noch einmal Glücksskillen und, naja gut, theoretisch Geschick und Intelligenz könnte man davon krass gehen, aber braucht man nicht. Und ja, hier im Laden gibt es noch schöne Sachen. Bezüglich Server 33, beziehungsweise allgemein die neuen Server, weil ihr oder einer hat da gesagt, dass ich genug gelästert habe über die, dass ich da nicht mehr so krass drüber reden soll, oder dass es nicht immer wieder runterziehen soll, werde ich mir merken, werde es ja nochmal am Samstfreitag ansprechen. Und ja gut, ich habe es etwas übertrieben, aber nach inzwischen, ich glaube, seit Server 30, also vorher schon nicht mehr und dann nur Server 30, der der letzte gute Server war, noch halbwegs gute Server war, waren halt die echt alle schlechten. Das frustriert halt schon, aber ja, ich höre jetzt auf damit. Denn, na gut, habe ich da ein bisschen reingesteigert, wobei es mir hätte theoretisch auch egal sein können, weil ich ja nicht dort spiele. Genau. Und dann habe ich jetzt noch die Kohle vom Gold-Event und vom 5-Jahres-Event, also theoretisch vom Doppel-Gold-Event. Das heißt, wir können, ups, noch einiges verskillen. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr auf Ausdauer gehen, weil Stärkewert ist eigentlich ziemlich gut so und Ausdauer jetzt mal auf 2.500 zu machen, ist nicht schlecht. Und den Rest dann, ja gut, ein bisschen noch was auf Glück und den Rest dann auf Stärke. Weil, ja, auf dem Level, also ohne E-Pix lohnt sich es halt nicht, aber da ich jetzt schon wenigstens ein E-Pix habe, kann man schon ein bisschen Ausdauer zumindest skillen. Und Glück, ja, mal ein bisschen schadet auch nicht. Wobei ich da eigentlich extrem viel habe. Habe ich da noch so viel in der Ausrüstung im Moment? Nee, nur ein Item. Na gut, aber ich habe auch nur ein Item, das mir noch ein 70 Ausdauer bringt. Naja, gut. Muss ich mir noch was überlegen wegen den E-Pix. Das ist ein bisschen ärgerlich natürlich. Das verfehlt die Stats schon ganz schön. Naja, gut. Na, aber wenn ich kein Zufall finde, werde ich wahrscheinlich nicht blättern oder dergleichen, weil es sich eigentlich nicht lohnt. Außer ich habe mal genügend Pilze dafür. Aber das wird erst ziemlich spät der Fall sein. Ja. Dann auch noch am Wochenende ist ja das Dreamscape aufhört am 7.7. Bin ich leider genau nicht da an dem Tag. Deswegen wird das Wochencheckup auch auf Freitag verleihen. Äh, verleihen? Äh, verschoben werden. Ähm, na ja, wobei es wäre ja egal, theoretisch. Ich nehme es ja auch immer erst Sonntagnacht auf. Dennoch, äh, ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sein Plan ist. Also, ich habe ihn nicht mehr chatten sehen. Er schreibt keine Rundmails mehr. Er ist eigentlich so, wie es hätte schon aufgehört. Macht halt echt gar nichts mehr eigentlich. Und ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Oder, ja, ärgerlich. Traurig einfach. Dass er anscheinend nicht vorhört, diese Tatsache zu ändern, dass er aufhört. Er hat ja momentan, glaube ich, nur noch drei aktive Charts, die er überhaupt noch spielt. Und die drei hört er dann derzeit auch auf. Ich weiß nicht, ob wir das bis Samstag schaffen. Was ist heute? Mittwoch. Mittwoch. Donnerstag. Freitag. Vier Tage. Wird Don Zeus, ich glaube, ist der niedrigste, hat gestern Stufe 299 erreicht. Wird vermutlich nicht bis Sonntag, beziehungsweise Samstag 300 erreichen. Deswegen wird nicht mal das Projekt verendet werden. Noch dazu, weil er gesagt hat, dass er keine Pilze mehr hat für 300 Alu. Das heißt, er spielt nur noch 100 Alu. Das heißt, er wird es jetzt in einer Woche frühestens haben. Wenn überhaupt. Ja, wobei, ich glaube, am Wochenende ist das Erfahrungsevent. Ja, könnte das vielleicht... Naja. Ja. Naja, eher nicht. Also wirklich ein ganzes Level in drei Tagen setzt und davon einen Tag Erfahrung zu werden. Das schafft er niemals. Das ist viel zu viel. Das geht gar nicht. Denke ich mal. Genau. Und dann noch wegen der Sache mit dem neuen Projekt. Ja, den ich machen will. Das ist mit der 300 Magierstart Alu-Sache. Wird es Infos so in zwei Wochen geben. Wie gesagt, nächstes Wochenende nicht da. Und ich glaube, darauf folgendes... Weiß ich jetzt gar nicht. Aber auf jeden Fall in zwei Wochen. Spätestens. Also Ende Juli dann sollte es dann starten. Und da werde ich dann ein Abstimmungsvideo hochladen. Das, wo ihr dann einfach drunter schreibt, welcher Server. Eine Klasse ist ja Magier. Wie gesagt, das wird sich nicht ändern. Werden einfach entscheiden könnt. Also abstimmen könnt. Ich werde dann einfach den nehmen, wo am meisten gewordert wird. Wenn es jetzt eine Stichwahl wird. Oder wenn es nur jeder Server einmal. Wobei ich glaube das nicht. Die meisten schließen sich dann einem an, der schon was Gutes vorgeschlagen hat. Wenn es zu einer Stichwahl kommt. Also zwei, zwei Stimmen für den Server und den Server. Und halt auf alle anderen nur eine Stimme. Auf jeden anderen Server. Dann halt einfach eine Stichwahl. Sprich, nur unter diesen beiden dann einfach nochmal die Wahl. Wer dann der endgültige ist. Wenn dann nochmal Unentschieden kommt. Dann nehme ich einfach den, der mir persönlich besser gefallen würde. Und es sollte natürlich auch kein Server sein, wo ich nicht schon spiele. Sprich, nicht S1, 3, 4, 9, 11, 14, 16, 20, 23, 25 und 33. Nee, 33 könnte ich ja theoretisch wieder löschen. Wobei ich glaube, das ist sogar Magier. Aber ich würde ihn trotzdem wieder löschen. Naja. Gut, theoretisch könnte ich S9, S11, S... Na gut, das war's. S9 und S11 könnte ich auch noch löschen. Also alle Chars, wo ich nur Level 1 bin oder so, die würde ich natürlich alle löschen dafür. Aber trotzdem die S1, 3, 4, 16, 14, 20, 23, 25, die halt nicht. Aber es gibt ja noch genug andere Server. Genau. Hier S4. Hier S4. Oh. Habe ich heute? Nee, doch. War das heute? War das heute? Das war heute? War das heute? Das war heute? Oder... Nee, nee, es war heute. Habe ich Stufe 30 erreicht? Ja gut. Ist jetzt kein wirklicher Meinstein. Wenn man jetzt mal bedenkt, den habe ich zwei Wochen nach S16 gestartet. Und der ist noch nicht mal ansatzweise auf der Hälfte der Stufe. Schon ziemlich krass, was das für einen Unterschied macht, eine gut ausgebaute Rede. Fällt mir gerade auf, ich könnte mal wieder Goldschatze ausbauen. Äh, wie viel sind denn das? Ähm, wir sind das 860 und... Äh, nee, Moment mal. Schwachsinn. 26. Ähm, so. Genau. Fehlen noch acht Ausbaustufen, dann können wir es nicht mal ausbauen ohne Pilze. Äh, ich werde keine spenden. Ähm, wie gesagt, kann ja jeder in die Gilde joinen, der noch will. Ähm, ja, würden uns, glaube ich, sogar freuen. Wobei es jetzt, wie gesagt, recht egal ist, weil die Gilde fast komplett ausgebaut ist, was jetzt den Goldschatz angeht, ohne Pilze. Und Pilze spenden werde ich hier ganz sicher nicht, weil es halt, ja, nur ein Projekt-Schar ist. Genau. Ja, soviel dazu. Dann bedanke ich mich, wenn wir mal fürs Zusehen. Ähm, bei Fragen noch wegen dem neuen Projekt oder auch wegen, ähm... Na, weswegen soll es sonst noch Fragen geben? Ja, ansonsten gibt es keine Fragen. Ähm, genau. Also wegen dem neuen Projekt, ähm, wobei es ist, das sollte eigentlich ziemlich klar sein. Also, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Ich werde es dann sowieso, also frühestens zwei Wochen hochladen. Und das wird dann auch heißen, Shakespeare, Abstimmung zum neuen Projekt oder so heißen. Also, das wird man eindeutig erkennen und da dann einfach abstimmen. Aber wie gesagt, es liegt erst noch ein bisschen in der Zukunft. Bis dahin, macht's gut, du uns rein. Bis zum nächsten Mal. Tschü, tschü.